Da müssen wir auch vielleicht über einen anderen Punkt reden, der natürlich ganz, ganz wichtig ist, nämlich die Frage, wo nimmt man ein Gespräch auf? Ein Mann wie Mendel Scheinfeld kann man eigentlich überall befragen. Im Kaffeehaus, auf der Parkbank, in der Wohnköche, überall. Er wird überall gute Dinge sagen können. Aber die Frage ist, ob es nicht Situationen gibt, die so beschaffen sind, dass einfach die Intensität seiner Aussagen noch zunimmt. Und nun hatten wir also für ihn eine Situation, die eigentlich die belastendste war von allem. Meistens überlegt man ja, wie kann ich einem Protagonisten diese Aufnahme erleichtern. Also wo fühlt er sich wohl, wo ist der weichste Sessel und dann zu Hause und ja. Aber hier ging es auch darum, dass er veranlasst ist, durch die Situation mit einer großen Klarheit, einer großen Deutlichkeit, einer großen Intensität über sein Leben zu sprechen. Und die war natürlich gegeben durch die erwähnte Belastung. Und die Belastung ergab sich einmal durch die Reise in genau das Land, von dem die üblen Dinge ausgingen für ihn und seine Familie. Dann der Grund der Reise, dass er auch mit diesen Leuten noch streiten muss, ob sie ihm ein bisschen mehr Rente geben oder nicht. Dann die Zuhörer, eine Gruppe von Deutschen, die er auch weitgehend kaum kannte. Und dann das Sprechen in der Sprache eigentlich seiner Feinde. Also größer konnte eine Belastung nicht sein. Und auch da muss ich sagen, wir haben Glück gehabt, dass er das durchgestanden hat und dass diese Belastung ihn zu einer ungeheuren Intensität seiner Aussagen geführt hat. Ein Arbeitskamerad von mir, also der neben mir geschlafen ist, der ist in der Nacht gestorben. Ich weiß nicht genau, ob es von Schlägen ist, denn der Meister war sehr aufgeregt und er hat mir sehr viel und ganz lange geschlagen, bevor wir in der Baracke gingen. Und am Abend haben wir ein Stückchen Brot bekommen. Jeder hat ein Stückchen Brot bekommen. Und der hat das Brot nicht gegessen. Als ich nächsten Morgen aufgestanden bin, da lag er das Brot und ich habe gesehen, dass der Mann tot ist. Also er war ganz kalt. Da habe ich das Brot genommen. Warum? Ich habe so schritten gewiss. Ich konnte nicht auf jeden Fall. Ich hatte Hunger. Entschuldige, ich hatte Hunger. Mein einziger Gedanke war nur, satt zu werden. Ich war wie ein Tier, so vor allem mit allen anderen auch. Manche haben während dem Zigarettenstumpf das letzte Stückchen Brot weggegeben. Ich habe es aber niemals getan. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen. Warum habe ich gerade das Brot von ihm genommen? Ich hatte Hunger. Ich glaube, ich habe ein schlechtes Gewissen. Aber andererseits, ich konnte es nicht sein lassen. Ich hatte immer Hunger. Auch die anderen hatten Hunger. Aber ich fehlte es nicht. Ich selbst weiß, dass ich Hunger hatte. Ich habe auch manchmal Gras versucht zu essen. Ich habe es so oft getan. Es war aber nicht dasselbe Brot, Brot, Brot waren meine Gedanken. Brot, mal satt zu werden. Und da habe ich das Brot von dem verstorben Mann genommen. Leider. Vielleicht wäre ich deswegen jetzt bestraft, dass ich nicht arbeiten kann. Ich glaube nicht, dass Sie daran noch denken sollten. Sie haben ja nichts Böses getan. Es kommt aber von sich selbst. Also ich will nicht daran denken, aber das Schuldgefädel ist da. Warum hast du das Brot genommen? Vielleicht war ein anderer Häftling, der es vielleicht mehr nötig hätte als ich. Ich kann es nicht begreifen, ich habe aber das Brot genommen, ohne daran fehlzudenken. Ich hatte Hunger und da habe ich das Brot geglaubt. Ich habe geglaubt. Ich hatte Hunger. Das war der einzige Gedanke. Leben, leben und mal satt sein nochmal. Einmal satt zu werden und dann habe ich mir gedacht, da kann ich ruhig sterben. Aber satt. Nicht um Hunger, sondern satt.